Hi Ladies und herzlich willkommen zu Unicorn! Draußen regnet es wie Scheiße, das heißt für mich perfektes Wetter, um für euch wieder ein neues Video zu machen. Nachdem wir das letzte Mal die Tipps durchgegangen sind, werden wir heute mal auf die Schablone eingehen. Ich sage schon mal voraus, da dieses Video für Anfänger ist, werden wir heute nicht aufs Pinschen eingehen, sondern rein auf die Schablonentechnik und wie man das Ganze anwendet. Pinschen ist für mich eine fortgeschrittene Technik, daher gehen wir dies zum Ende dieser Videoreihe durch. Für Anfänger kann ich nur sagen, lernt erstmal mit der Schablone umzugehen und auf der Schablone das Gel aufzutragen, denn das ist schon schwierig genug. So, bevor mein Modell kommt, zeige ich jetzt erstmal grundlegende Sachen zur Schablone, wie die Dinge aussehen und wie ihr die am besten vorbereitet. Ihr bekommt Schablonen meistens in einer 500er Rolle. Das hier ist eine einzelne Schablone, auf der einen Seite ist sie glatt und auf der Rückseite ist sie klebrig. Das Ganze könnt ihr so einfach abziehen. Diese Seite zeigt zum Finger der Kundin und diese Seite zeigt zu euch. Auf dieser Seite seht ihr eine Skala, auf dieser Skala seht ihr auch Nummern, an der könnt ihr euch dann orientieren, wie lang der Nagel wird. Zur Handhabung, wie gesagt, diese Seite wird an den Finger geklebt und diese Seite, also beziehungsweise diese beiden Seiten hier, diese äußeren, werden später zusammengeknickt, um die C-Kurve zu formen. Schon mal zur Vorbereitung der Schablone, bevor ihr sie auf den Finger aufklebt, nehmt euch diesen Kreis raus und diesen Kreis klebt ihr dann hier hinten auf die Seite, die zu euch zeigt. Also hinten auf dieser Seite klebt das Ganze drauf. Das Ganze machen wir deshalb, damit wir in dieser Biegung eine bessere Stabilität reinbekommen und die C-Kurve später besser formen können. Zudem, bevor ihr es auf den Finger drauf klebt, reiße ich immer, reiße ich immer, zu schwach, das hier auseinander, so kann ich das Ganze besser auf den Finger drauf kleben und bin flexibler, wo ich das Ganze hin kleben möchte. Wenn ihr eine Kundin habt, bei der das Nagelbett mit dem Nagel wächst, schneidet am besten hier noch eine Kante raus, weil wenn ihr das Ganze der Kundin so unter dem Nagel rammt, kann ich euch versprechen, sie wird nicht begeistert sein. Achtet darauf, wenn ihr den Punkt hier rausnehmt, dass ihr ihn nicht über diese Kante klebt, denn wenn ihr das unter den Nagel schiebt, wird die Kundin auch nicht begeistert sein. Wenn ihr alle Finger mit einer Schablone-Technik verlängern wollt, kann ich nur empfehlen, also so habe ich es immer gemacht, bereitet euch darauf vor. Das heißt, die Kundin ist jetzt mit den Händen in der Lampe, das heißt das Haftgel ist drauf und in dieser Zeit könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten, das heißt, ihr klebt den Kreis schon mal hinten drauf und reißt schon mal die Blätter ab und bereitet euch 10 Schablonen vor. So könnt ihr gleich schneller arbeiten, drunter schieben Gel drauf in die Lampe, drunter schieben Gel drauf in die Lampe, so seid ihr dann schneller. Achtet auch darauf, gute Schablonen zu kaufen, denn die Klebkraft ist hier sehr wichtig. Es kann sein, dass euch die Schablone in der Lampe vom Finger rutscht und dann ist die Modellage natürlich im Arsch. Deshalb, die Klebkraft ist sehr wichtig, sucht euch Schablonen aus, die gut kleben. Die Teile könnt ihr nur einmal benutzen, das heißt, wenn ihr die dann vom Finger des Kunden abnehmt, sind die auch an diesen Finger angepasst, das heißt, ihr könnt die nicht nochmal an einen anderen Finger dran kleben. Das heißt, ihr braucht auch wirklich 10 Schablonen für eine Vollmodellage. Ich zeige es euch jetzt nochmal trocken, ohne dass eine Kundin vor mir sitzt. Wenn ihr die Schablone vorbereitet habt und sie so unter den Nagel schiebt, wird als nächstes diese beiden Flügel hier zusammengeklebt. Ich zeige es euch jetzt mal hier so von unten. Und dadurch, dass ihr die zusammen klebt, entsteht hier die C-Kurve. Und die könnt ihr dann noch ein wenig formen, so dass es dann passt und richtig am Nagel sitzt. Ein häufiger Anfehler ist auch, dass die Leute viel zu panisch werden, wenn sie das Ganze dann schon unterm Nagel haben. Mit Panik meine ich, dass viele das Ganze dann hier zu fest zusammendrücken oder vielleicht hin und her schieben, knicken. Also ihr müsst schon mit ein bisschen Ruhe dran gehen und ein bisschen Gefühl. Und sobald ihr das Ganze hier jetzt so geknickt habt und so fest zusammengedrückt habt, könnt ihr die Schablone schon wegschmeißen. Weil hier kriegt ihr nicht mehr eine vernünftige C-Kurve geformt und später wird es dann auch kacke aussehen. Bevor ihr die Schablone anbringt, müssen wir den Nagel natürlich vorbereiten. Das heißt, wir setzen jetzt an dem Video Nagel vorbereiten an. Also Naturnagel vorbereiten setzen wir jetzt an. Und wir haben mit Primer aufgehört und machen jetzt mit Haftgel weiter. Haftgel wird ganz dünn aufgetragen, wie ich es in dem WTF schon erzählt habe. Ihr könnt es auch einmassieren, müsst es aber nicht tun. Und dann kommt das Ganze ungefähr eineinhalb Minuten in die Lampe. So, wie ich euch schon gesagt habe. Erstmal die Schablone abziehen von der Trägerfolie und diesen Kreis auf die andere Seite kleben. Möglichst mittig. Dann hier auseinander ziehen und so habt ihr die Schablone schon mal vorbereitet. Dann nehmt ihr den Finger des Kunden und schiebt die Schablone unter den Nagel. Dann fixiert ihr das Ganze erstmal an den Seiten, nur provisorisch und drückt die Seiten zusammen. Möglichst gleichmäßig, damit die C-Kurve schön gleichmäßig ausfällt. So. So haben wir es schon mal provisorisch angebracht. Jetzt solltet ihr darauf achten, dass hier vorne keine große Lücke entsteht zwischen Naturnagel und Schablone. Das heißt, das Ganze muss richtig plan unter dem Nagel sitzen. Denn sonst habt ihr später, wenn ihr das Gel auftragt, unten so eine doofe Kante. Und das müsst ihr dann mit der Fräse entfernen. Geht auch, ist aber scheiße. So, um die C-Kurve dann noch ein bisschen schöner zu machen, drückt ihr das Ganze unten noch ein bisschen schmaler zusammen. Wie gesagt, es muss aber an den Naturnagel passen. Und dann habt ihr das Ganze fertig vorbereitet. Dann kommen wir zum Gel auftragen. Ich benutze jetzt ein ganz normales, klares Aufbaugel. Es gibt natürlich auch Spezialgel für Schablonenverlängerung. Probiert es aber erstmal mit Aufbaugel, um zu gucken, ob das überhaupt die richtige Technik für euch ist. Zum Auftragen nehmt ihr euch erstmal ein wenig Aufbaugel aus dem Tiegel und tragt das erstmal über den ganzen Nagel auf. Dann nehmt ihr euch ein bisschen mehr Aufbaugel und jetzt wird quasi die Verlängerung geformt. Das heißt, wenn der Kunde es jetzt eckig haben möchte, sollten wir es auch eckig formen. Da meine Kundin es rund haben möchte, mache ich es ein bisschen rund. Ruhig ein bisschen mehr Gel auf die Schablone auftragen. Und darauf achten, dass ihr die Seiten, dass ihr hier keine Lücke drin habt. Also das muss schon mit dem Nagel auch hier an der Seite abschließen. Und auch wirklich darauf achten, dass ihr hier am Nagelübergang keine Lücke habt. Also überall schön Gel hinschmieren. Macht das Ganze auch nicht zu kurz. Lieber ein bisschen länger, weil das Ganze fällt mir gleich ein bisschen in Form, als zu kurz. Weil dann müsstet ihr wieder eine Schablone ansetzen und das nochmal länger machen. Das Ganze kommt dann ungefähr eine Minute bis anderthalb in die Lampe und dann geht es weiter. Wenn das Ganze aus der Lampe rauskommt, sieht das so aus, also nicht großartig verändert. Es sei denn, die Schablone ist euch vom Nagel gerutscht. Dann müsst ihr das Ganze wieder abfeilen und neu anfangen, weil es sieht dann meistens doof aus. Ich entferne die Schablone dann immer direkt. Das heißt, ihr drückt einfach vorne zusammen. Das löst sich dann direkt und dann könnt ihr die Seiten abziehen und schon habt ihr den verlängerten Nagel. Da ist jetzt natürlich Schwitzschicht drauf. Die entfernen wir, bevor wir das Ganze feilen. Und dann bringen wir das Ganze in Form. Das heißt, wenn ihr eckig macht, macht ihr es jetzt eckig. Wenn ihr rund macht, macht es jetzt rund. Wir machen es rund. Da müsst ihr wirklich keine Angst haben. Wenn ihr es richtig schön satt aufgetragen habt, kann da nichts abbrechen. Das ist bombenfest. Auch wieder wie beim Tipp, feile ich das Ganze ein bisschen schmaler, als es eigentlich sein soll. Denn wir machen ja noch eine Menge Gel drauf. Und damit der Nagel nicht zu breit wird, machen wir es jetzt ein wenig schmaler. Auch gucken, dass an den Seiten keine Unebenheiten entstehen. Und dann wirklich nochmal von oben gucken, wirklich senkrecht drauf gucken, dass ihr auch eine schöne Rundung habt. So. Dann nochmal unten lang gehen. Und das war es dann erstmal mit der Form. Dann ganz einfach mit einem Buffer nochmal komplett drüber gehen. Wirklich den ganzen Nagel anmatieren, damit wir eine angeraute Schicht bekommen, um das nächste Gel mit dieser Schicht zu verbinden. Wenn der Naturnagel der Kundin von Natur aus eine blöde C-Kurve hat und ihr eine Schablone anbringt und fertig seid, kann es passieren, dass ihr unten eine Kante habt. Die müsstet ihr dann natürlich mit einer Fräse und einem kleinen feinen Bit entfernen. So, das war es mit dem Thema Schablone. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gerne sharen, teilen, liken, ein Däumchen nach oben, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Außerdem könnt ihr mich auch bei Facebook, Twitter oder Instagram einfach mal besuchen. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer hier oben kann man es abonnieren, hier unten mein letztes Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich mach das nochmal, weil es es schön macht. Also, da muss ich mich an, dass normalerweise nicht wenn natürlich schon Nobody geht.